Nummer 6. Der Camelback Hydroback Hydrationpack. Er verfügt über ein 1,5 Liter Reservoir und ermöglicht es Ihnen, aus den mitgelieferten hochwertigen, abgedichteten Ventilen zu schlürfen. Das Mesh-Material macht ihn sehr leicht und er hat ein bequemes V-förmiges Design, so dass er sich beim Laufen an Ihre Schultern schmiegt. Wenn Sie ein Camelback ins Auge gefasst haben, aber ein knappes Budget haben, ist das die Lösung für Sie. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 5. Die Nathan Vaporeer Laufweste hat alles in sich. Es handelt sich um einen speziellen Laufrucksack im Westen-Design. Er bietet Platz für zwei Wasserflaschen, sowie einen 2-Liter-Wasserbeutel. Er ist aus leichten und atmungsaktiven Materialien gefertigt. Er hat sichere Taschen für Wertsachen. Er ist von hoher Qualität und so konzipiert, dass er bei Bewegungen nicht springt. Er hat alles, was Sie brauchen. Der einzige kleine Nachteil wäre der begrenzte Platz. Aber im Vergleich zu anderen spezifischen Produkten für das Laufen ist es ausreichend. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 4. Der Name Camelback ist ein Synonym für Sportrucksäcke. Die Erfinder des Trinkrucksacks mit integriertem Reservoirsystem haben immer noch einige der besten Produkte auf dem Markt. Der Vestis Camelback Trinkrucksack ist einer von ihnen. Das Krax-System liefert 20% mehr Wasser pro Schluck als andere Rucksäcke, was bedeutet, dass sie gut hydriert bleiben können, ohne zum Trinken anhalten zu müssen. Das einzige Problem ist, dass es wirklich keinen Platz für etwas anderes gibt. Es gibt einen kleinen Telefonhalter, aber dieser Rucksack ist nur für die Flüssigkeitszufuhr gedacht. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 3. Dieser Teton-Laufrucksack ist gleichermaßen stylisch und praktisch. Er wurde entwickelt, um Läufer, Wanderer und Radfahrer den ganzen Tag über hydratisiert zu halten. Mit mehreren Kompressionsriemen können Sie die Passform individuell anpassen. Es gibt ein separates Außenfach mit Reißverschluss für Ihren Wasserbeutel und ein großes Hauptfach, ideal für die Aufbewahrung von wichtigen Dingen. Der Rucksack selbst wurde aus hochwertigem 210D-Ripstop-Waben-Nylon mit starken, langlebigen Reißverschlüssen an den Vordertaschen gefertigt, die ebenfalls wasserdicht sind. Im Lieferumfang enthalten sind eine praktische integrierte Regenhülle und ein praktisches Gummiband, ideal zum Befestigen eines Fahrradhelms oder anderer wichtiger Sportausrüstung. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt auf Amazon. Nummer 2. Sie haben die Möglichkeit, ihn mit zwei Wasserflaschen oder einem 2-Liter-Wasserbeutel oder beide zu kaufen, wodurch Sie den Rucksack an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Er ist ein überraschend gutes Produkt für seinen Preis. Er wird nicht so lange halten wie ein 100-Euro-Rucksack. Aber wenn Sie gerade erst anfangen, ist diese Lösung perfekt. Das wasserdichte Netzmaterial aus Nylon und Polyester ist atmungsaktiv und verfügt über viele kleine, sichere Taschen, in denen Sie Ihre Habseligkeiten oder sogar ein zusätzliches Paar Laufsocken verstauen können. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 1. Der Osprey Daylight Rucksack mag super leicht und winzig aussehen, aber er ist vollgepackt mit Eigenschaften wie bequemen, verstellbaren Meshgurten. Mit Seitentaschen und einem großen, getäfelten Laderaum gibt es viel Platz. Er ist die perfekte Möglichkeit, ohne zusätzliches Volumen oder Gewicht zu laufen und hat ein Fassungsvermögen von 18 Litern. Er ist in einer Vielzahl von Farben erhältlich und hat ein Netzrückenteil, das bequem und dennoch atmungsaktiv ist. Er ist ideal für die Verwendung in Kombination mit einem Trinksystem und wurde als Teil einer breiten Palette von Osprey-Produkten so konzipiert, dass er an den größeren Rucksäcken des Sortiments befestigt und hinzugefügt werden kann. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung.